Hallo ihr Lieben! Heute sage ich euch mal Hallo aus dem Auto, weil wir nämlich gerade unterwegs sind. Wir waren gerade in Canggu und mit unseren kleinen Babys und hier hinten sitzen nämlich noch die kleinen... Wir waren im Waterpark. Was ich eigentlich auf jeden Fall sagen wollte war, heute werdet ihr einen Vlog sehen von Liams ersten Geburtstag. Super, super aufregend, war wunderschön. Unser Filmteam war da, also werdet ihr eigentlich im Grunde genommen einen Blick hinter die Kulissen des Ganzen bekommen. Wir konnten leider nicht die ganze Zeit filmen, auch gerade die großen Kuchen anschneiden und Kerzen auspusten, Sachen und sowas konnten wir nicht filmen, da halt RTL 2 gerade gefilmt hat. Jedenfalls seht ihr so ein bisschen hinter den Kulissen, was vielleicht auch bestimmt mega interessant für euch ist und dann den Hauptgeburtstagsteil könnt ihr dann bei RTL 2 sehen. Ja, ansonsten wünsche ich euch dann jetzt super viel Spaß bei dem Video. Und der Liam hat schon mit 1 seinen ersten Geburtstag auf Bali gefeiert. Okay. Sind das balinesische Töne oder was? Super! Ich wusste, dass das dem Hagen gefällt. Und ich gehe mal davon aus, dass den Rest des Tages der Hagen damit geholfen wird. Das sind Liams Geschenke heute. Der geht schon ab, auf jeden Fall. Kommst du auf den Schoß? Der kommt ja, der kommt bei mir auf den Schoß. Bei dir? Ja. Ich nehme ihn auf den Schoß. Komm, wir nehmen das mal hoch. Wollt ihr sagen? Wir essen jetzt. Ich kann's hier hin, neben mich. So, ich muss essen. Hey, wo ist das? Mein Mann, ich kann mal alles essen. Das war, ja, auf jeden Fall. Der hat ja auch immer getrommelt auf der Wagen. Ja, warte mal kurz, dass die kommen. Oder schneidet ihr jetzt an, wie ihr möchtet. Macht, wie ihr wollt. Weil sonst, also sonst müssen wir halt irgendwie auch erklären, dass jetzt wieder eine Person da ist, plötzlich. Ja gut, die kommen ja ins Bild auch. Genau. Das ist, lass die halt ankommen, wenn die jetzt kommt. Du machst das super, Liam. Mhm. Mhm? Yes, der Entwicklung, wird da ... Controller. No, nicht der Controller. Interference. The whole development in der Salle ist, für mich, so alarmierend. Weil, wirklich, die Frauen aus den Instinkten und sie insekten sie und sie nehmen die Verantwortung von ihnen. Natürlich müssen sie es zurücknehmen, es ist ihre eigene Verantwortung, um es zu holen. Aber es ist sehr schwierig, und für Sanja war es ziemlich schwierig, weil sie, ich weiß nicht, du kennst die Geschichte? Ja, sie auch. Okay, so, um, this doctor, this, from the, from the uni clinic in, in Frankfurt, he was so rigid, and he was so proud, and was telling, you can be happy that you are in my hospital, because we are the only one in the whole Rhein-Main area, who is doing natural birth. Wow. Trying everything to do natural birth. I thought, this is a bankruptcy. Yeah. This is, how can you say like this? Yeah. 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 Why? What's wrong in their heads? And, and the other doctor, the, the Russian, the doctor, she was telling, what's the problem? Yeah. I also had the serious, I had two. You said oh my god. Yeah. Yeah. It was horrible. So, is it really where I have my head closed? Tch, that's why we don't know. 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 You can just take a new one. That's one. Yeah. Yeah. Yeah, or what? Then. Now you can smell it. Yeah. Yeah. He ate things by mistake that had cheese, but it was fine. But I wouldn't do milk. That's the other thing that my mother would like to eat. Wir haben zum ersten Geburtstag ganz viele Instrumente geschenkt bekommen. Wir gehen davon aus, dass du einen super Musiker bist. Ein kleiner Musiker. Jetzt noch ein kleiner und bald ein großer. Was ist das für einen vegan, mit dem du auch nicht? Nein. 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 Ich möchte ihn einfach nicht einfach essen, was er aus dem Milch. Nein. 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 Ich bin natürlich höher, bis ich nicht weiß, was jeder hier oben in der Haare ist. Weil der Blutalismus ist. Ich weiß nicht, was es ist. Aber ich habe nur noch gehört. Es ist ein kleines Erachtens. Sag mal, du hast ihn doch vorhin hochgeschickt, Sandi. Dann hast du gesagt, dass du den Benni sagen, dass er auf die Bohnen aufpassen soll. Ja. Also hast du doch zu dem Dahl noch Bohnen gemacht? Nein. Ich meinte Dahl. Also das sind Linsen. Das war nochmal Dahl. Das war nochmal Dahl. Das war nochmal Dahl. Das war nochmal Dahl. Weil ich gedacht habe, das wird eh weg gehen, dann kann ich gerade den Rest, was wenn man wenig war, auch noch machen. Und dann ist du da. Das war noch so. Das war noch so. Dann packen wir das. Nein. Nein. Ach so. Ist Liam auch noch nicht mit computerern und tel. Ja. So viel. Er beginnt nämlich zu schreien, wenn ich die Computer abkürze. Ja. Ja, es ist wirklich schlecht, ich fühle mich wirklich schlecht, und ich fühle mich, dass ich mich nicht verholt habe, dass ich mich nicht verholt habe, aber es ist nicht möglich. Das ist die Welt der Technologie. Und wenn du arbeite nicht, dann kann ich es auch so gut. Ja, es ist so gut. Ja, es ist so gut. Ich hatte ja, dass du fühlte, dass du Hunger hatte. Ja, es kann schon gut sein. Was ist da oben? Es ist einfach, Mama. Da habe ich nur eine Frage. Bilder haben wir genug. Ich frage nur einmal so aus der Situation nochmal. Kannst du den Job gerade nehmen? Entschuldigung, wir machen nur ganz schnell den O drüber vorne. Wie ist das noch so schön ist? Ich bin ja so schön. Wie ist das so schön ist? Wie ist das so schön ist? Ja, wie ist das so schön ist? Es war so ein hug. Jetzt sieht es wie es wird. Nein, nein, nein. Kaiba, Kaiba. Kaiba. Es ist okay. Nicht so hard, wie Zeuscat. Soft. Kaiba. He wants to play with you. Es ist wie ein Mirror. Oh. Yummy, yummy, yummy. Yummy, 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 yummy. Okay, wollen wir mal? Ja, wir laufen jetzt eine Runde durch die Reisfelde. Aber dann, ich war auch ein paar Sachen, die ich nicht genutzt habe. Es gab viele Jazz-Kopperen. Und das, was die Leute in den Hotels und Restaurants wollen. Du kannst auch singen, wie Jazz. Ja, ja. So, es ist gut, aber... Amy Winehouse. Ja, ein bisschen. Also, ich bin ein bisschen. Amy Winehouse, okay. Ich liebe sie. Du könntest ein guter Cover sein. Kaiba wirklich liebt, wenn ich... For some reason. Amy Winehouse macht ihn tanzen. Er ist Amy Winehouse reingekleitet. Ja. Das ist nicht so. Das ist gut. Ich nehme es zurück. Okay, let's have a walk. Einmal spazieren gehen. Durch die Reisfelde. Okay, das war das kurze Video. Also, den Kleinen, den ihr da gesehen habt, das ist Kai war. Und das ist der Sohn von Rosie. Und Rosie wohnt auch in Ubud mit ihrem Mann, Josh. Und super, super nette Family auch. Und wir treffen uns auch immer zusammen. Super cool. Werdet ihr auf jeden Fall auch noch in den folgenden Vlogs sehen. Aber das dauert dann alles noch ein bisschen. Ähm, wir sind gut am aufholen. Und sind optimistisch, dass es dann hoffentlich bald so sein wird, dass wir dann aktuell sind. Jedenfalls freue ich mich, wenn ihr uns einen Daumen nach oben gebt, wenn euch das Video gefallen hat. Und ansonsten, see you next time. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.